Sie sind irgendwo da draußen. Man weiß nur wenig über sie. Heute sind sie da. Und morgen dort. Wie leben sie? Was denken sie? Was bewegt sie? Wo sind ihre Kunden? Die Flut der Medien steigt und der Medienkonsum verändert sich laufend. Das Angebot nimmt zu. Täglich tauchen neue Medien auf. Im unermesslichen Datenmeer bleibt nur auf Kurs, wer zu Navigieren versteht. Es gibt Hoffnung. Ein neues Tool führt aus dem Sturm und durch jede Flaute bis hin zu den Ufern, an denen die Zielgruppe lebt. Sie sind der Kapitän. Sie haben das Ziel. Wir haben den Weg. Der Mediakompass von Publi Swiss ist da. Das Intermediatool für die strategische Medienplanung im Schweizer Markt. Das ist ein neues Tool. Vielen Dank.